Ja, und dann möchten wir Ihnen diesmal die Lilli vorstellen, hier aus dem Tierheim in Freital. Lilli ist ein bildhübsches Mädchen und sie gibt Pfote. Lilli ist anderthalb Jahre alt, ist eine Schäferhund-Mischlingshündin und Lilli ist ein richtiger Sonnenschein. Sie ist super freundlich, sie mag einfach alles und jeden, andere Menschen, andere Hunde, kleine Kinder und sogar Katzen kann die Lilli leiden. Sie ist sehr sportlich, also sie muss ausgelastet werden, braucht vielleicht auch noch ein bisschen Erziehung, weil manchmal ist sie so eine kleine wilde Hummel, wie so ein Flummi, aber ansonsten ein traumhafter Hund. Sie kann in die Wohnung vermittelt werden, wenn sie ausgelastet wird, ansonsten ein Haus mit Grundstück wäre natürlich ideal. Also wenn Sie die Lilli kennenlernen wollen, schauen Sie einfach mal hier im Tierheim in Freital vorbei.